Ach ja, moin Leute, ich wollte mal so ein kleines Lebenszeichen von mir geben, weil es doch schon einige Zeit keine Streams gibt, wo ihr ja, denke ich mal, auch wisst, warum, weshalb. Ich meine, die Leute, die mir auf Twitter folgen, beziehungsweise auf Facebook oder Instagram haben ja schon das eine oder andere Frust-Video, ja, Frust-Beschwerde-Text, was weiß ich, ich war es schon mitgelesen. Ähm, ich bin ja seit einigen Monaten immer wieder in so kleine Problemfallen getreten, ne, also sprich, ähm, mein Internet funktionierte damals nicht, dann hat sich das wieder gelegt, dann funktioniert es wieder und das wurde halt immer schlimmer, immer schlimmer. So, dass der letzte Standard gewesen ist, äh, immer abends ab circa, ja, manchmal 17 Uhr, manchmal 18 Uhr, manchmal 14 Uhr, manchmal 15 Uhr, bis abends 22, 23 Uhr, ähm, mein Upload im Arsch ist. Manchmal auch der Download, manchmal alles, manchmal habe ich kein Telefon, manchmal kein Fernsehprogramm, es läuft ja alles über diese Leitung hier, ne, wobei Provider. So, jetzt habe ich ja versucht, auch per Hotline denn bei Unity Media mich zu melden und bin des Öfteren nach 40 Minuten Warteschleife dann rausgeflogen und habe dir dann irgendwann auch Info bekommen, dass ich das Ganze mal per Twitter versuchen soll, weil die doch ein bisschen fixer sind, wie die im Chat, per Hotline oder sonstiges, was ich dann auch getan habe. Also, die ersten Male, ähm, Kontaktaufnahme funktionierten tadellos, war alles gar kein Problem, hab dann immer so tolle SMS bekommen, dass die Steuerungsmeldung aufgenommen wurde, hatte ich einmal einen Techniker gemeldet, der das Ganze mit mir durchging, dann war ja der letzte Stand, dass ich das messen sollte, ähm, und messen konnte ich das praktisch nur, wenn ich halt streame, ähm, da seid ihr, glaube ich, auch teilweise dabei gewesen, hab mitbekommen, wo ich dann immer so Zeiten aufgeschrieben habe, bis wohin die Kilobyte-Zahl runterging, manchmal war ich ganz weg und keine Ahnung was, ähm. Ja, das habe ich mir dann aufgeschrieben, so, dann hat er sich einige Tage später, das war fast eine Woche, wo ich das testen musste, montagsmorgens, ja, beziehungsweise mittags hat er sich gemeldet, ist mit mir einiges durchgegangen und sagte direkt von vornherein, ja, da stimmt was nicht, so. Und dann habe ich ihn halt gefragt, da war mal hier so ein Streamer, ähm, beziehungsweise auch YouTuber, ähm, der genau die gleichen Probleme hat, Karlsruhe lebt, blablub, ja, sie hängen alle am gleichen Knotenpunkt und das sind die Probleme, so, da wusste ich auch, wie bei dem einen Streamer, beziehungsweise YouTuber alles erledigt war. Funktioniert das wieder bei mir, das ging gut, keine Woche. Ja, da ging das Problem wieder von vorn los, ich habe wieder Kontakt aufgenommen, da wurde es sogar falsch verstanden, ähm, dann habe ich hier, kann ich mal gerade, ich habe hier den Mailverlauf mit denen, ähm, raussuchen, denen nochmal eine Beschwerde gegeben, dass ich mich melden sollte. Ähm, wenn es funktioniert, dann habe ich gesagt, ja, es funktioniert wieder super, ähm, ja, und dann war dann, äh, wie ich, äh, gemeldet habe, dass alles super ist, wurde das missverstanden, dass jetzt nochmal eine Störungsmeldung aufgenommen wurde, sich nochmal ein Techniker mit mir in Verbindung setzt, zwecks eines Termins. Nee, ich wollte nur Bescheid geben, dass es funktionierte, ne, ja, eine Woche später, wie gesagt, das gleiche Problem und ich habe dann wieder ein Ticket geschrieben mit ausführlicher, äh, Beschwerde und, äh, keine Ahnung was. Ähm, ja, da kam man dabei raus, sorry, nee, Moment, das tut mir wirklich leid, ich habe erneut eine Störung aufgenommen und das Uploadproblem geschildert, man wird sich per SMS bei dir melden, bis dahin kann ich dich nur um Entschuldigung und Geduld bitten. Ich meine, die größten Teile sind ja alles freundlich da, ne, also wurde mir dann auch, äh, beruhigend geholfen, also, ne, dass die drin sind, bliblablub. Ja, es tat sich aber nichts, dann bekam ich immer wieder SMS, Problem sei behoben, Problem sei behoben, lieber Kunde, ihr Anliegen, ähm, konnte eingegrenzt werden und entsprechender Techniker, ähm, weitergeleitet. So, und dann kam danach eine SMS, lieber Kunde, wir haben ihr Anliegen, ähm, behoben und würden uns über Rückmeldung freuen, sollte dieses Problem trotzdem noch auftreten. Die haben ja dann von zwei unterschiedlichen Unity Media Nummern geschrieben, Unity Media ist mein Provider. So, das ist der Stand der Dinge, dann wurde es, wie gesagt, wie das behoben war, ich dann an den Armen voller Freude streamen wollte, hab mich voll darauf gefreut, weil für das darauffolgende Wochenende auch, äh, etwas geplant war, wir wollten Sea of Sea spielen. Was ja dort nicht so funktionierte, A, ist es wieder Bildschirmaufnahme, ähm, was mich ein bisschen ankotzt, das ist ein DirectX 12 Problem, was mit Microsoft Spielen irgendwie so Standard, äh, als Problem, äh, Problematik auftritt, dass man nur, äh, den Bildschirmaufnahme, äh, abcaptischern kann, da bin ich kein großer Freund von, weil man kann alles lesen, schreibt der wer per Steam, äh, ploppt das unten auf, schreibt der wer, äh, per Discord ploppt das auf, schreibt da die, schreibt da das, jede Nachricht ploppt da auf und das ist nichts, sondern Zweck der Sache. Ja, haben wir das sein gelassen, da wurden die Probleme immer schlimmer, immer schlimmer, sodass ich doch mal, äh, Beschwerdeticket geschrieben habe und da bekomme ich, bekomme ich so eine Antwort wie, Die Probleme werden wir auch nicht auf die Schnelle beheben können, da dieses Problem sehr wahrscheinlich durch keine Störung auftritt, sondern durch eine Auslastung der Leitung. Man sollte bedenken, dass sich viele Kunden eine Leitung teilen und somit kann es auch mal zum Einbruch bzw. Schwankungen kommen. Das ist im Kabelnetz ganz normal. Okay, mir so Leute, wollt ihr mich verarschen? Ihr macht Werbung, ihr wollt mehr Kunden werben und könnt noch nicht mal eine Bandbreite zur Verfügung stellen, mit der ihr wirbt, äh, weil sich so viele Leute eine Leitung teilen, also irgendwie, nee. Hab ich jetzt zurückgeschrieben, ähm, wenn das nur ein Mal wäre, würde ich es ja akzeptieren, es ist aber mittlerweile ein Standardproblem geworden und wenn Einbrüche bis hin zu 0 Kbits auftreten, äh, weiß ich nicht, ob das noch so gewollt ist und ihr weiterhin Werbung für euren Verein machen solltet. So, da war ich ein bisschen saurer, ne. Da hat er, äh, hat mir ein anderer zurückgeschrieben, das schreiben mir immer unterschiedliche Leute, ich find das so geil, ne, dass, äh, so viele Leute mit involviert werden und was weiß ich nicht was. Ähm, ich habe mir mal die Leitung gerade näher angeschaut und der Anschluss ist wohl von einer Störung betroffen, die uns seit dem 28.06. bekannt ist und diese Einbrüche verursachen kann. Gut, 28.06. bin ich gewesen, da hab ich mich nicht groß beschwert, davor aber auch schon. Die Probleme sind davor ja auch nicht behoben worden, also besteht dieses Problem schon länger. Und ich muss immer daran zurückdenken, wie auch andere große Streamer und Co. auch diese Probleme hatten, immer diese Einbrüche ab bestimmten Uhrzeiten. Und ich mein, das können Einstrahlungsquellen sein, ja, gut und schön, aber irgendwann muss es doch mal gut sein. Irgendwann müssen die doch merken, dass da irgendwas nicht stimmt, es muss doch irgendwo mal ein Lämpchen angehen, in der ihre Zentrale, pass auf, wir kommen da jetzt mit denen und den Signalen nicht durch, weil da wird irgendwas, naja, egal, lassen wir das. Ähm, also ich merke, ich bin schon gefrustet wie sonst was, weil ich meine Internetleitungen, Leitungen, die ich bezahle, nicht so nutzen kann. Ähm, nicht so nutzen heißt, ich kann spielen, ne Zeit lang, nehmen wir mal das beste Beispiel Final Fantasy, ich melde mich in einer Instanz an, fliege aber irgendwann raus, weil der Upload nicht mehr da ist, weil ich brauche den Upload, ich muss ja die Daten übertragen, dass ich da rein will und so weiter. So, und ist es gewesen, dass es denn irgendwann zu einer Sperre kam, äh, kam, also sprich, ähm, wenn du dreimal innerhalb von 24 Stunden aus, äh, der Anmeldung einer Instanz rausfliegst, kriegst du eine Sperre, Anfang 20-30 Minuten, war ja auch gut und schön, da fing der Fuss schon größer an. Dann, laut beiden, ähm, Internet, beziehungsweise E-Mail-Konten sollen E-Mails rausgegangen sein, die sind aber niemals angekommen. Da fängt es schon wieder an, äh, das, was ich halt nicht verstehe, die sollen rausgegangen sein, sind aber niemals angekommen, halt durch Nachfrage. So, und ich bin halt in der Pflicht, verschiedene Sachen nachzuweisen, wie soll ich denn das nachweisen, wenn die doch angeblich rausgegangen sind? Ich kann das höchstens, äh, zeigen, dass diese E-Mail rausgegangen ist und ich keine Rückmeldung bekommen habe, hier, bliblablub. Äpf, ja, naja, egal. Und ich bin immer in der Nachweispflicht, das regt mich halt am meisten auf. Dann hab ich, äh, immer weiter gemessen, hab dann ein paar Fotos gemacht, hab denen geschrieben, also wenn das, äh, normal ist bei euch, dann weiß ich das auch nicht. Ähm, ja, und hab dann, Antworten bekommen, äh, die gucken sich das jetzt nochmal an. Also unter dem Street, wo ich die zwei Fotos gemacht habe, hab ich halt hingeschrieben, das sagt bei mir, dass dieses normal sei, äh, die und ich mir ja hilfe, hier mal zwei Bilder meiner Messungen, ähm, dieses trägt sich nun schon seit Monaten sofort. SMS besagen, dass diese Probleme behoben seien. Diese Bilder beweisen aber Gegenteiliges. Und dann hab ich eine Auflistung von meinen Messungen an verschiedenen Tagen, verschiedenen Uhrzeiten gemacht und dann hab ich halt eine Antwort bekommen. Ähm, hallo, Romiert, der Upload schwankt doch, äh, schon ziemlich. Wir nehmen nochmal eine, deine Leitung unter die Lupe, danach melden wir uns bei dir per SMS oder Anruf. Viele Grüße. Okay. Stand der Dinge ist. Jetzt hab ich hier nochmal, äh, Dingens bekommen. Äh, externes Fremdsel. Ne, das war die nicht, jetzt muss ich mal gucken. Wo war denn das? Liebe Kundin, lieber Kunde, bitte entschuldigen Sie, dass es länger dauert. Wir bitten Sie noch etwas, ne, noch um etwas Geduld. Unity Media Team. Denk ich mir nur so, Jungs, ich renne euch jetzt schon Monate hinterher, ähm, jetzt intensiver, weil ich halt tagdäglich dieses Problem habe. Und das random auftritt. Und ich soll noch immer etwas Geduld haben. Dann hab ich mal so eine Anfrage gestellt, ja, was ist mal mit Gutschriften, weil ich meine Internetleitung nicht so benutzen kann. Ich hab bisher immer noch keine Antwort. Ähm, sobald das Problem behoben ist, werde ich da hinterher sein. Ich möchte auf jeden Fall, ähm, entweder Gutschriften oder was weiß ich nicht was bekommen. Weil das kann einfach nicht sein. Ich hänge hier in der Luft, kann meine gebuchten Leitungen nicht nutzen und bin gefrustet. So, und deswegen hänge ich jetzt hier. Ich wollte einfach mal ein Lebenszeichen von mir geben und sagen, Problem besteht weiterhin. Tut mir auch sehr leid, ich bin wirklich sehr gefrustet. Ich hatte nämlich tierisch Bock. Ähm, ich hab ja gesagt, auch die Spiele da zu spielen, die ich noch offen habe. Und dann für den letzten Samstag, äh, also wir haben jetzt heute den 8.7., äh, war eigentlich was anderes geplant. Ähm, funktioniert halt nicht, ne, weil es geht halt nicht. Es regt mich tierisch auf. So, dann wär das so wie bei Forza Horizon diesen einen Tag, wo ich immer wieder rausgeflogen bin. Wo ich's auch rausgefunden habe, dass immer ganz kurz mein Upload komplett weg gewesen ist. Ähm, man kann ja solche Protokolle aufrufen. Und das der Grund war, warum ich aus Forza Horizon rausgeflogen bin. Und das geht halt nicht. Ich kann halt nicht COC spielen, wenn ich da immer wieder rausliege. Oder irgendwas anderes halt, ne. Also ich hab jetzt auch schon überlegt, ob ich mal... In der Zeit wenigstens ein paar YouTube-Folgen machen kann. Ich mein, wenn du da hochlädst, dann greift halt das Upload, äh, wieder da an, wo's aufgehört hat. Das ist ja kein Problem. Irgendwann ist es dann oben. Es kann halt nur Ewigkeiten dauern, ne. Aber wie gesagt, das ist so Stand der Dinge. Ich bin gefrust wie sonst was. Ich muss mich weiterhin gedulden. Es tut mir wirklich leid. Mir sind halt die Hände gebunden, weil halt alles über dieser Leitung läuft. Egal ob Telefon. Hier kommen teilweise Anrufe nicht an. Ähm, dann wird mir am Telefon angezeigt, dass ich angerufen wurde. Jetzt aber niemals geklingelt. Dann Fernseher ist komplett weg. Ähm, Upload ist komplett weg. Download komplett weg. E-Mails gehen teilweise hier nicht raus, wo ich gefrustet bin. Echt, äh, in der Zwickmühle sitze, wie ich das halt nachweisen soll, noch großartig. Und, ja, keine Ahnung. Ich verzweifle. Ich, ich hab Druck gemacht wie sonst was. Ähm, ich bin ja ein, ein sehr geduldiger Mensch. Sollte es aber irgendwann an so einen Punkt kommen, wo ich die Schnauze voll hab, dann platzt es mir halt raus, ne. Und, ähm, ja, keine Ahnung. So, und wenn ich dann mal nachts die paar Stunden da, äh, Internet voll habe, versuche ich natürlich dann auch alles zu erledigen, was ich so sonst nicht packe, sonst es nicht geht. Aber zu ihm brauche ich ja nachts nicht anschmeißen. Wer schaut nachts schon zu, mal ganz ehrlich. Da sind die meisten Leute in der Woche arbeiten. Ich würde gerne mal wieder so um die Nachmittagsstunden, ähm, bis irgendwann abends, äh, oder nachts zu ihm so. Gar kein Problem. Aber nicht irgendwann nachts anfangen und dann irgendwann in die Morgenstunden dann erst schlafen gehen. Das, das, das geht halt nicht. Ja, weil ich ja auch versuche, meinen Schlafrhythmus, ähm, seit der ganzen Nachtarbeit seit vielen, vielen Jahren wieder in, äh, den richtigen Rhythmus zu kriegen halt. Und das funktioniert halt nicht. Das kotzt mich tierisch an, äh. Vor allem hänge ich dann auch in der Luft. Weiß auch so gerade dann nichts mit mir anzufangen. Weil, was sollst du denn währenddessen machen? Aufnehmen? Ja, ich kann mir so wie jetzt den Mund fußlich reden, mich immer wieder über diese Sache aufregen. Ähm, aber das bringt mich ja auch nicht weiter, ne? Und, und Let's Play ist so rein Let's Play ist keine Ahnung. Ja, mal gucken. Weil da ist immer noch das Problem des Uploads, ne? Was irgendwann dann mal hochgeladen werden kann. Aber das war's auch. Na, egal. So, und das war mal Frust an dieser Stelle. Heute, in einem Monat ist Gamescom. Da freu ich mich am meisten drauf. Ähm, ich hab auch schon gesagt, jetzt mittlerweile bin ich an so einem Punkt. Ähm, ihr wisst, ich bin auf Arbeitssuche jetzt momentan. Und, äh, dass ich, äh, der Meinung bin, am 1. September kann man mich gerne einstellen. Aber wenn man mir jetzt eine Arbeit anbietet, es war alles vom alten Arbeitgeber her geplant gewesen. Weil, äh, da ja die, die Übernahme feststand, ähm, ich dann hinterforscht gefahren habe. Ne, die haben da alles mögliche versucht, um das doch zu vermeiden. Upload war eingereicht, die Tickets waren gekauft. Ähm, ich bin auf der Hochzeit meines Bruders am, am 2. August. Denn halt, ähm, davor ist, äh, Junggesellenabschied oder Junggesellenabschied, äh, von meinem Bruder geplant. Ähm, dann ist die Gamescom dran. Also müsste ich praktisch den ganzen August frei haben. Ähm, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ähm, ich hab erfahren, dass man beim Amt wohl auch, ähm, Urlaub einreichen kann. Drei Wochen, so 21 Tage. Wobei das vom Montag bis Sonntag gerechnet wird. Was ich ein Ding finde, aber nun gut. Ähm, dass ich da irgendwie die Urlaubstage so setze. Und, äh, ja, ich werd mal gucken. Ähm, dass ich das vielleicht geregelt bekomme mit einer Umschulung. Ne, weil ich möchte nicht mehr in diesem Wochenberuf, bin ich ganz ehrlich. Stand der Dinge. Neußer Stand. Ich hoffe, ihr nehmt's mir nicht übel, dass ich mir so ein bisschen Mimimi gemacht habe. Aber ich wollte mir so ein kleines Lebenszeichen von mir geben. Und ja, habt ihr jetzt, ähm, haltet die Augen offen. Was Twitter, was Instagram, was Facebook-Seite von Robi da angeht. Also von mir. Und, ähm, da fahrt ihr halt auch die neuesten Sachen. Beziehungsweise sollte sich da mal irgendwas getan haben. Auch nicht. Ja. Und sobald ich wieder streamen kann, werde ich natürlich auch streamen. Und ich hoffe, das wird's ja bald sein. Na gut, Freunde. Ich bin wieder raus. Wie gesagt, sorry für das ganze Mimimi. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.